ja leute da sind wir wieder bei red fiction gleich mit dem geschehen wir verfolgen immer noch unseren immer noch unseren typen und werden dauernd von irgendwelchen monstern angegriffen von großen und kleinen das ist also kind mit auch was die deck tanzt woher noch eins Boah, die teilen gar nicht so aus, ey. Wo ist der Große? Oh Gott, gleich zwei. Oh, ne, oh. Oh, fuck, 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 fuck. Sorry. Oh, fuck, die killen mich hier noch. Parker, ich habe eine Idee, wo du den Käfer gegangen sein könnt. Seit Jahren gibt es gewissem Geheime Stationen, die tief im Untergrund verborgen. Ich kann es im Hauptsicherheitsnetzwerk von Alter nicht finden, daher weiß ich nicht, was dich... Ich werde versuchen, mich von hier aus in die Systeme der Station einzuklinken. Das war gerade ein Ding failing. Jetzt habe ich so viel Energie und Schutz verloren. So, echt. Was ist denn das? Gut getan. Oh Gott. Oh Gott. Gut, das ist nur noch eine. Gut, was machen wir jetzt noch zur Auswahl? Die hier? Oh Gott. Gehen so langsam die Schussmöglichkeiten aus. Toll. Und ich bin fast verreckt, ey. Es wäre mal cool, wenn hier mal so ein Checkpoint käme. Mit ein bisschen... Oh Gott, ich könnte mal speichern, fällt mir gerade ein. Das Zweite ist riskant zu speichern. Gut, dann müsste ich aber viel nachspielen. Das ist ein bisschen du für einer. Gut, da kommt noch ein. Scheiße. Ich wandle hier echt auf... Hat mal jemand einen Minipack für mich? Nee, okay. Ich laufe hier echt auf dünnem Eis. Oh fuck. Jetzt komme ich doch nicht durch. Na toll. Ich mache nur meine Arbeit. Schutzanzug. Oh fuck. Sehen Sie genau wie im Arker. Erkennen Sie vielleicht alte Frauen. Einige meiner besten Freunde sind Minenarbeiter. Sie reagieren positiv auf die Nanotec-Injektion. Halt, ich bin auf deiner Seite. Aber keine Sorge. Selbst aus vielen können wir etwas lernen. Dem Porträt der Wissenschaft kann jeder dienen. Sogar Sie können das, Parker. Das ist ein Freak. Ah, jetzt haben wir Heilung. Gut. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Jetzt werde ich auch gesprächiger. Mensch. Das ist ein Freak. Da hat meine Minenarbeiter-Typies mit der Seuche infiziert. Das ist eigentlich keine Seuche. Ich weiß nicht, ich wollte es Ihnen komische Vierverkommeln. Das war alles sein Plan. Whoa. Whoa. Ja. Vergiss doch uns zu sprechen, mate. Du soll konzentriert hier. Hilfe! Raketenwerfer aufgenommen, gut. Haben wir beim anderen auch nachgeladen, dass es auch bereit ist. Wolle da schon wieder hin rum. Ich muss jetzt gehen, Parker. Genießen Sie Ihren 4,5-3 Minuten aus der Ausstattung. Ja, ist gut. Vielleicht haben Sie eines Tages die Ehre wie in der Gesellschaft. Eventuell sehen wir uns wieder, Parker. Aber wünschen Sie sich das lieber nicht. Du Penner. Muss ich jetzt da runter, oder was? Der erwischt mich nicht. Ich erwische ihn allerdings auch nicht. Oder? Doch, ich hab ihn erwischt. So, anscheinend muss ich da runter. Ich lass den nicht so einfach entkommen, den Kerl. Es kann nicht sein, dass der abhaut. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass der Kerl uns freiwillig hilft. Weil der ist ein wenig verrückt. Am Ende legt er uns noch rein und versorgt uns alle. Das könnte natürlich auch passieren, ne? Könnte gut sein bei so einem. Der versucht natürlich auch immer schön seine Experimente voranzutreiben. Legt sie raus hier. Ich hab den U-Boot drauf. Wie ich sehe, haben Sie mein U-Boot aufgereiht? Tu mir nichts! Bitte! Ah! Bitte, lass mich in Ruhe! Ja, ja, ich lass mich ja in Ruhe, Mensch, voll nicht rum. So ein paar Heilkits wären allerdings nicht schlecht. Oh, was? Verlust aufgereiht. So ein paar Haare. Oh, was? Na, du hast dich in Ruhe. Gut, jetzt, du hast dich in Ruhe zu sehen. Wie ist das? Oh, was? Verzeihung, mein Freund Aber Warte mal Kam ich von da? Ja Ich glaub's zumindest Da lang muss ich Ich lass mich jetzt nicht von den Aufhalten hier Oder flieg ich, ey, fahr ich jetzt falsch Scheiße, ich glaub ich fahr falsch Kann sein, dass es in die falsche Richtung geht? Ja, das ist die falsche Richtung Wieder zurück, wieder laden lassen Naja Kann schon mal passieren Dass man sich etwas verläuft, ne? Aber es geht ja ganz schnell, relativ schnell Jo, tschüss Mann Solange die Gegner hier rein Fischiger turnen wir sind Ich bin in das Sicherheitsnetzwerk von Capex Geheimlabor eingedrungen Das ist der Ort, zu dem er geht, Parker Es gibt da unten eine riesige Forschungsstation Ich kann EOS nicht erreichen Ich habe Orion eine Nachricht hinterlassen Für den Fall, dass sie hereinkommt Alles klar Von EOS kommt zu mir Ist mir natürlich nicht vorbei, ne? Muss ich nicht mal wieder killen Obwohl ich eigentlich nur vorbei wollte Aber ein Totenwesen kann man einfach so Kann man einfach durchschwimmen Und ein Liebender, da muss man Bleibt mehr hängen Ja Wahrscheinlich irgendwie die Grafikauflösung aufgelöst oder so Dann sieht man nur noch den Das Muster Sozusagen Du wirst nicht glauben, was in diesem Labor abgeht, Parker Es ist die Quelle der Seuche, so viel ist sicher Capex arbeitet an Nanotechnologie Und führt dort seine Tests an Lebewesen durch Tiere oder Menschen, das interessiert Capex nicht Die Seuche ist seine Schöpfung Sei äußerst vorsichtig, Parker Halt, ich bin auf deiner Seite Ich weiß doch, ihr seid alle auf meiner Seite Nein, ich darf nicht sterben Oh, nee, das war nur der Schutzanzug, den er gerade vergeset hat Gibt mir doch mal Heilung, ey Ich habe nur zwei Punkte Leben, ey Das muss ich mal speichern Capex zu, ey Das ist so ein Freak, der Kerl Unglaublich So, was haben wir denn hier für ein Schalter Nein, Parker So einfach mache ich es Ihnen nicht Halt, ich bin auf deiner Seite Mal komm, hier müsste doch irgendwo Heilung sein oder sowas Das kann doch nicht sein Hier, Hilfe, Hilfe, ich bin auf deiner Seite Das ist der Fütterungsschacht, Parker Da wartet etwas hungrig Oh, ich möchte wieder zurück Man, wenn das der Fütterungsschacht ist und ich da lang muss Dann gucke ich erstmal nach rechts, ob da nicht irgendwo Heilung ist oder so Weil das wäre ja dumm, wenn ich da jetzt runtergehe und dann Oh Gott Oh, wieder nur Wieder nur Schutzanzug Puh Nur zwei Punkte Heilung, ey Oder Lebensenergie, wie gesagt Ich gehöre hierher, zu meiner Arbeit Oh, Heilung Oh Cool Super Ach, das ist die andere Seite, ah Oh, der ist kaputt Alles klar Na okay Wenigstens habe ich jetzt die Hälfte meiner Energie Das ist schon mal super Dann gucken wir mal, an was uns der Verrückte da verfüttern wollte Aber ich wandle hier echt auf Dünnem Eis Na komm, lad mal den schneller So, dann machen wir mal die Kugeln Die sind hoffentlich etwas effektiver Und dann gehen wir mal in die Höhle des Löwen Oh Gott Hoffentlich kriege ich nicht Fallschaden bei sowas Obwohl, ich denke mal schon, dass es Aus höheren Ebenen herunterfällt War mir doch klar Ach du Scheiße Ach du heiliger Wurm, ey So, der Schutzanzug aufgenommen So ein roter Wurm Irgendwie macht ihm das nix Aber ich feuere mal weiter drauf Oh Oh, da sterbe ich einfach Ja, nee, ist klar Naja, Leute Der Port ist jetzt eh gleich vorbei Da werde ich jetzt mal beenden Und wir machen das Monster dann im nächsten Port fertig Also Bis zum nächsten Port, Leute Und ciao Ich weiß noch mal Ich weiß noch, 14 Mal Wir beide Und wir gucken jetzt mal Ich weiß noch, es ist jetzt mal Vielen Dank.